Was ist kognitives Training? Passt auf, unser Gehirn können wir genauso trainieren wie unseren Muskel. Auch das Gehirn kann in der Leistung gesteigert werden. Warum? Wir haben eine rechte und linke Gehirnhälfte und die sollten am besten synchronisiert werden. Und dafür gibt es kognitives Training. Das sorgt dafür, dass wir Informationen, neue Informationen viel schneller verarbeiten können und dass natürlich die Aufnahmekapazität erhöht wird. Das heißt, wir können uns Dinge viel besser merken, Neuigkeiten besser merken und viel besser im Langzeitgedächtnis verankern. Deswegen ganz wichtig, trainiert nicht nur euren Körper, sondern trainiert auch euren Geist. Und dann gibt es eine ganz tolle Übung, das ist die sogenannte Hase-Jäger-Übung. Bam, 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 bam. Der Hase hat keinen Bock auf Hase, also will er Jäger werden. Was macht er? Pum, pum. Okay, kognitives Training fürs Gehirn, ganz interessante Sache. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es unten rein, ich werde ein Video produzieren dazu.